und damit willkommen zurück zu einer weiteren folge von let's play fiesta online so wir haben uns ja beim letzten mal unsere ganzen quests abgeholt genau und wir machen natürlich mit denen weiter müssen wir noch eine neue annehmen die quest auch gleich mit kommen halt doch ich möchte jetzt habe ich abgelehnt das noch mal so annehmen jo 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 so ist gut klar das ist einfach okay wo wir hingehen skelettes zoll da sind kommt da die man die bussagen kammer weinert wir brauchen die bussagen kammer zwei gleich gehen da geht es nämlich weiter obwohl er eigentlich glaubt die mobs wo wir brauchen auch in der einsatz sind haben es noch mal gucken was machen das hübsch hübsches auto die pulsaren kammer 8 quest ok das karten aber mit der rolle probieren wir haben ja letztes mal nicht bekommen ein glänzender stein glänzender stein glänzender stein körper über meine ich kebing so künstler stein immer noch oben weiter nämlich auch noch einer skillet krieg so Sklawn Schützen Alles mit Zack So Nice Ach, Conan nehme ich mit Ideen Dann haben wir die Silberschleime Verhoffnung mit Rolle Nur die Rolle wählen nicht So Ich will dir eigentlich nichts klauen, hallo? Das war gerade nur ein Ausversehen Okay Okay Heißt, das sieht gut aus Aber haben wir zehn jetzt nicht genommen Zum Krieger da So, jetzt aber So Nice, nice, nice Okay Rolle des Gegengifts Was ist die Rolle? Nein Was ist das seine? Oh Ich will diese Rolle Da Bis zu vergessen So lange hier bis ich zu krieg Zuckt, er zuckt Ich weiß gar nicht mal, ob ich die überhaupt zu bekommen Was fehlt uns denn noch? Ja klar, die Rolle halt noch Silberschleim Und So Ich will die Rolle Oh Mann Irgendwann kann ich es ja aufheben Ich weiß nur nicht wann Was ja die Zeit ist Was ja die Zeit ist Was ja die Zeit ist Nun komm schon Ich weiß nicht 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 Weil sie das Nein Ich weiß nicht Der 45 viel Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das ist noch zerrissenes Leder. Genau das ganze Ledergedönste noch denken. So. Klein Leder. Oh, es ist Leder. Okay. Was ist da noch? War da noch was? Ne, irgendwas fehlt uns noch. Blütenblaue braucht man noch. So. Hat zerrissenes Leder brauchen wir noch. Ist klar, es werden da noch blaue Blumen. Das sind dann auch welche. Oh, blaue Blumen. Nichts drin. Schade. Oh, unser Waschmeier ist weg. Jetzt haben wir grad nichts mehr, oder? Dann haben wir noch was. Okay, dann machen wir die Karten erst mal auf. Geht's Platz bekommen. Hochland-Bosskarte. Sehr schön. Mal. Ein versteckten Titel. Kackt. Hungriger Wolf erhalten. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Titel sind immer gut. Aber wir sind Krieger von Ruhmen. Und das bleibt auch hier schmort. Genau. Okay, dann muss man wohl zu, wohl zu Fuß weiter. Bis erstes. Mal gucken, vielleicht habe ich hier am nächsten Part. Und ein Reittier besorgt. Weiß ich noch nicht. Ich glaub, das kommt ganz gut mit nem Reittier. So, dann haben wir die Blumen auch fertig. Was wir noch hoch zu den ganzen Marlonen. Die Krabräuber haben wir ja gemacht. Was wir schon mitmachen? Komm her mit. So. Was sind das für Nebengeräusche? Anhänger nebenher schon Genau, da liegt er nämlich Komm, warum machst du nix? Hallo, Kämpfer Siegel der Loyalität Die Palma mit Wunderschönen So, Siegel, Siegel Jochen, Siegel, 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 Sieg Untertitelung des ZDF, 2020 Zwei Siegel, ein Kapitän So Nice Ziel, Realität Einen Terrible Hm Nein, du musst noch warten auf einen Das ist eine Lüte, das ist eine Bekommung Prozent Prozent wie komisch jetzt okay und mit mir dort noch So, alles klar. So, dann werden wir hier auch schon fertig, dann würde ich sagen, mach mal hier dann das nächste Mal weiter. Bis zum nächsten Mal und ciao. Lass deinen Daumen nach oben. Nicht vergessen, bye, bye.